Ausgerechnet zum Ende der Saison stottert der Motor bei der Spielvereinigung Unterhaching ein wenig. Fünf Siege gab es in acht Spielen zuvor, doch das 1 zu 1 gegen den TSV Buchbach war bereits das zweite Unentschieden in Folge. Kurz nach dem Spielende bin ich sehr enttäuscht, weil wir, glaube ich, heute ein gutes Spiel gemacht haben. 1 zu 0 in Führung gehen, dann viele Chancen aufs 2 zu 0 haben und dann, ja, auch beim Gegentor, ich glaube, zwei-, dreimal doch klären können und so am Ende nur 1 zu 1 spielen. Mit 61 Punkten bleiben die Unterhachinger zwar auf dem vierten Tabellenplatz, doch das Ziel sollte weiterhin sein, unter die besten drei zu kommen. Für den TSV Buchbach auf Platz 12 war der Punktegewinn auch zu wenig, um noch in die Top 10 aufzurücken. Armes Spiel, vielleicht leichte Vorteile, also Chancenplus für Haching, aber ein Riesenkompliment an meine Mannschaft mit der Moral, wie wir uns heute reingehauen haben, höchsten Respekt. Schon am Dienstag geht es in der Regionalliga Bayern weiter. Dann ist die zweite Mannschaft der Spielvereinigung Greuther Fürth zu Gast. Und die Fürther stehen als 18. auf einem Abstiegsplatz. Doch mit einem klaren 13-0 Erfolg über Pippins Ried haben sich die Kleeblätter vor dem Auswärtsspiel in starker Form präsentiert. Wir waren auch mutig, wir haben unsere Chancen gesucht, wir haben agiert statt reagiert und summa summarum am Ende auch dann vollkommen verdient gewonnen. Die zwei noch ausstehenden Spiele bestreiten die Unterhachinger zu Hause. Es ist eine englische Woche, denn nach Fürth ist am Samstag der TSV Rhein am Lech zu Gast. Die Hachinger müssen also schnell das Unentschieden am Wochenende abhaken. Wir hatten uns vorgenommen hier zu gewinnen, das ist uns leider nicht gelungen. Deswegen sind wir jetzt schon in gewisser Weise sehr enttäuscht. Der letzte Spieltag am 14. Mai ist auch der Familientag in Unterhaching. Ab 9 Uhr gibt es ein kleines Volksfest im Sportpark und der Höhepunkt soll dann möglichst ein Sieg und der Saisonabschluss als Tabellendritter sein.